Das ist ein Vondel, der meinen Namen ist, der Motor hat den Schicksnamen wie Augenweide und eine Spannweite von 360. Der Motor ist ein 38 Kubikzentimeter-Motor mit einem Produktionsgegrübe, das im Übrigen reduziert die Laufzahl um 2,8 Kilometer, d.h. 220,2,8 mal der Propeller einbar. Dadurch bekommt man eine sehr realistische und schöne könnte man eine der Bautant. Man kann man sich nicht über die Bautant. Lesen Diener